Jo, hallo und willkommen zu meinem ersten Giveaway, zum Giveaway von WG Cheesy. Und zwar, ich habe es ja schon angekündigt, könnt ihr, sagen wir, es gibt drei Preise, wird es geben. Der erste Preis wird sein, die DVD, voll verarscht, von und mit Johnny Knoxville. Hier, Johnny Knoxville. So sieht das Ding hinten aus, wird noch signiert werden von mir und das wird einer der Preise sein. Dann wird es geben, dieses Fingerboard von TechDeck, beziehungsweise Birdhouse, signiert, man könnte es eventuell erkennen. Zu diesem Board wird es natürlich noch ein kleines Briefchen geben und zu DVD auch. Zudem geht es zum Board. Das Gedicht, ein Gedicht von mir, ich habe zwei geschrieben, ist schon länger her, eins ist im Unterricht entstanden durch Langeweile. Und eins war sozusagen geplant. Und zwar hätten wir hier einmal Dein Tag und einmal das Gedicht Toastbrot. Und diese beiden Gedichte gewinnt der zweite Preis zusammen mit dem Fingerboard. Und der dritte Preis wird sein, eine Channel-Vorstellung sozusagen. Und die Regeln sind ganz einfach. Ihr müsst Abonnent sein oder Abonnent werden. Dieses Video mit 5 Sternen bewerten und favorisieren wäre auch noch ganz nett. Ihr kriegt, ihr dürft maximal ein Kommentar schreiben mit Giveaway, Leerzeichen, Strich, Leerzeichen, euer Kommentar. Und wer eine Videoantwort macht und darin meinen Channel vorstellt oder das Giveaway vorstellt, der bekommt zwei extra Punkte. Und wer mich bei Twitter mir folgt, der bekommt auch nochmal einen extra Punkt. Die Links zu Twitter und dem ganzen Scheiß findet ihr in der Beschreibung. Und das Giveaway wird laufen bis nächste Woche Mittwoch, sagen wir 18 Uhr, ist einzeln der Schluss von den Kommentaren. Und jo, das soll es von mir gewesen sein. Euer WG Cheesy, haut rein und tschüss.